oh scheiße nein sieger weiter hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren let's play haunt the last hope heute mit dabei zum wiederholten male die vanille milch leon hallöchen und ein gast dead lady hallo hallo ja man hört schon an deiner stimme du heißt natürlich basti ja 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 mal gucken wir müssen sie eliminieren bevor sie die morgen zur deckung nehmen alles klar schwer konzentriert hier action hier dieser hebel war das doch irgendwie ja aber ich meine das kommt gleich erst wird geladen user joined your channel alle sich von feinde vernichtet ihr müsst den remote sicherheitscode eingeben das code eingabegerät befindet sich im sicherheitsraum warte kabel mit mit jes jes mit zu jes jes mit die nach Hast du die Nummer gemerkt Leon? Was? Hast du die PIN gemerkt? Welchen PIN? Wie du gerade eingegeben hast. Ne ne. Muss ich doch nicht hören, sonst wär's kritisch. Wie bist du eigentlich auf uns gekommen Bastl? Dass du bei uns mal mitzocken willst. Ich hab keine Ahnung wie ich das jetzt erklären soll. Ich guck zwischendurch immer mal wegen Let's Play. Weil es gibt ja Leute die spielen ja echt schon eine Weile. Beziehungsweise die haben ja angefangen. Wo das Spiel raus kam. Da kann man sich immer mal was abgucken. Ja und da bin ich halt auf euch gestoßen. Da hab ich mir gedacht. Wenn ihr Hilfe braucht. Ich bin da. Natürlich sind wir heute auf die Hilfe zurückgekommen. Ja. Diese Hunde, Viecher die sind aber auch mies. Hinter dir. Boah, schau. Wird geladen. Wo kämpfst du? Ich bin unterwegs. Jo. Ah, ich liege Leute. Halt, danke. Wird geladen. Äußere Sicherheitsmechanismen wird deaktiviert. Wir können das Gebäude. Oh, ich liege Leute. Oh, ich liege Leute. Oh, die Hunde sind heute echt. Du hartnäckig ja. Ja. Die Hunde sind echt. Heute sind sie biestisch die Hunde. Ja, die, die, die... Die ziehen einen auch so komisch ran irgendwie immer, ne? Ja. Wird geladen. Die schnappen irgendwie mit der, mit der Zunge nach einem und dann... Leute, gib mir... Oh. Was, was? Wo bist du? Alles gut. Oh je, Out of Armor. Ich bin ja auch nicht gespenstig. Hm. Mensch, Mensch, Mensch. Boah, ist ja auch einfach voll durch die Tür gezerrt. Äh, durch das Fenster. Jo. Oh. Wird geladen. Oh. Nachladen. Mensch ich tröste gar nicht Oh hunde 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 Kümmer schnell die Truppe vom Kaff Genau Die wechselt noch mal die Waffe Mit 1 Achja stimmt Stimmt der Flutterwechsel ist mit gut Jo Ja Leon raus aus der Übung ne Ja Schon sehr lange nicht mehr gespielt Ja was heißt sehr lange Immer auf mich Mich Hinter dir Oh hab ich Noch einer Ich geh mal den Zweiter machen Jo Hallo Sonst hört er sich nie auf Genau Wir kommen mal mit da so rüber Ich halte dir mal den Rücken frei Ich bin nämlich out of ammo Oh nein Hitte Boah Scheiße Nein Flieger weiter Ja Flieger auf Flieger Na Passt ihr die Hunde Nein Ich bin gleich wieder da Nimm ihr Ich hab ne Münze genommen Jetzt hab ich auch wieder Muni Kommt hier jetzt noch was Neon 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 komm hoch da So jetzt kannst du spawn glaube ich ne Ja Sehr gut Ja der Alton Äh ich Du hattest quasi ganz ganz kurz mal weg ja Kommt sofort wieder Für normal finde ich den Alton ziemlich heftig Oh ich hätte hier gar nicht machen sollen noch gar nicht Mist wie lange Leon ich da ist Die kommen Alles gut Ah alles gut Leon Wir brauchen dich Wir brauchen dich Wir brauchen dich Mann das sind aber komisch die Viecher Wir sind ja hier runter eigentlich ne Ja Lack Kann man die Kästen eigentlich auslasieren? Ne das geht ja doch nicht Auah Scheiben Ja schon Schon ähm Gut gemacht das Game ne Also ich finde das echt nice Ja Haben so Haben sich echt was einfallen lassen Juuu Eon Ja So jetzt bin ich wieder da Alles klar Er steht hier wie angewurzelt Juuu genau Können wir hier runter springen einfach? Gibt doch Schaden Oh Ja Aber nicht viel Ich mach mal Ich mach mal ne Aber jetzt Jetzt kommen sie doch hier irgendwie Ja Von da und von da glaube ich Ne das Tor ist Noch nicht Ne Kommt noch Hier kommen die jetzt Ja Überall Feinde Alles in Deckung Erstmal Fail Falsche Knopf gedrückt Muss doch nicht so aufgeregt sein Ja Schwere Finger ne Sag ich immer Ja das ist immer das Problem Ja Kann jemand mal die oben von oben weg schießen? Ja Warte ich guck mal mich drum Ja Holen Okay Aber die will auch aber jetzt kommt dann die nächste hier ne Ich bin doof machen Ich hätte euch den Rücken voll Okay Machst du Leon? Kannst du auch mal Okay Ne mach du Flagt euch drum Wir fluten Hey Geht nicht Wollte ihm gerne einen Kopfschuss geben aber Headshot Achso He He Weißt du doch Oh Digga Oh der kam da runtergestroben oder so Jo Der hat mich voll erschrocken Aber wir haben ihn gleich Zack Boah Was ist mit meinem Aim los Mensch Die finde ich immer ganz schlimm Die gerade auf den Beinen Weil die sind zu schnell Gib mir mal kurz ne Spritze Jo War grad ein bisschen knapp Und diese Junkies Jo Spritzen Aber Manchmal muss das halt sein ne Jo Richtig Also im Spiel Ja Logisch Das war aber auch mal cool Symbol Ja genau Die Die sind ein bisschen zu aufdringlich aber Ganz ehrlich Boah Die haben sogar schon wieder rüber gehört Ja Ja endlich Macht auch nochmal Spaß So ne Runde hauen Ja Leon Ja Jetzt hockt die schon wieder auf mir überhaupt Vorbei Was Wie jetzt Ja hockt auf dir drauf vorbei Ja Böses Kopfkino Jo Jo So Jo Hier noch irgendwie Okay 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 geht noch nicht Ein Spawn und Sammelpunkt Wird geladen Wir können uns hier neu sammeln Prüft alle eure Munition Da hat Oh Da kommt so ein Ist das eigentlich Sinnvoller Ich meine du bist ja vom Level her ein bisschen höher Und hast ja vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung Ähm Außerhalb der Mission seine Rüstung zu reparieren Also mir kommt das immer so vor als wenn außerhalb günstiger ist Als wenn du es innen drin reparierst Ne das hat das hat damit nichts zu tun Und du reparierst ja nicht nur deine Rüstung Du reparierst ja auch die Waffen Okay Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier drin Ich habe mal die Mission gemacht Hab dann hier drin repariert Hab mir das durchgerechnet Und hab die drauf Und hab einmal gemacht und hab draußen repariert Und ich hab draußen wesentlich weniger bezahlt Wie hier drin Okay Das ist mir noch nicht aufgefallen Okay Hätte sein können das ist da irgendwie Nee ich reparier aber immer in der Mission Ja Okay Weil auch schon allein Ähm Die Genauigkeit sind alles wenn die Waffen hier runter geht Okay Vorsicht Schäufer Jo Oh 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 Und zu ran Erwischt Komm zurück Oh ja ja ich bin dabei Oh nein ne Och Oh 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 ich bin gleich down Ich bin gleich down Ich bin gleich down Jo ich bin tot Ich komme hin gekrabbelt Ich komme hin gekrabbelt Nein Ich komme rein gekrabbelt hier Alles gut Oh ich kann mich nicht bewegen Oh jetzt Einer müsste mich mal äh Oh nein Boah Krass Mensch 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 Sehr gerne Boah das ist knapp Oh Was stimmt denn Ja Das war nicht schlecht Aber ich kann von hier drin die nicht draußen abschießen Keiner back Das war knapp eben Jo Kann man so sagen Jo Schnell wieder rein hier erstmal Okay Warte mal den hole ich mir mal dahinten erstmal Den Raketenwerfer Wird geladen Oh jetzt sind zwei Ja Mhm Kommt immer drauf an wie viele spielen Und da Ob wir zueinander Passt Geschafft glaube ich Ja Die doch nicht Mein anderer davor Jetzt Das ist weg So und jetzt noch der andere linke Ja die sind auch am Brennen wegen mir Jo Schön Ja ist doch gut Jo Ich bin schneller Schnell hin da Ja Ich mach mal einen hier Wird geladen Gut Scheint einwandfrei zu funktionieren Gott sei Dank Brüte auf 12 Uhr Boah Boah 12 Uhr Ich will weit nach vorne näher Ja Ja auch gut Guck mal ein bisschen noch ein Stück nach hinten Genau Damit wir dir schneller helfen können mit dem was ist Mh Dann müssen wir jetzt zusammen bleiben Das hat der ja auch mal Das sah so aus wie so ein Köpper Jo Ja auch die brauchen Sportaktivitäten Haha Wir das auch können Okay Ich glaube jetzt können wir ein Stück vor ne Da kommt ein großer Vorsicht dran Brennt Da kommt der zweite Die treffen ja auch nicht Ich mach mal ein bisschen die drum herum auf weg Ich mach mal ein bisschen die drum herum auf weg Mann Mann Nur ein kleines Leck Leck gehabt den Die Kugeln kam eine halbe Sekunde später am Ja Könnt ihr den Aufzug von dort aussehen? Ja Ich schicke ihn jetzt runter Haltet bis dahin die Stellung Dann reparier ich auch mal hier drin jetzt 600 Aachen Ja bei mir war es schon mal teurer Deinen neuen habe ich gestern bezahlt Ja Meine Aim ist aber auch da ja Mann könnte auch mal was gut gehen Ja wär ganz nice Was gut gehen würde Okay da hinten kommt die Turan 2 Stück oder? Ich glaub ja Ne Einer muss jetzt Turan ist weg Jo nice Kommt der zweite Wird geladen Der Aufzug müsste da sein Nehmt ihn genau an die Aufbereitungsanlage Vorsicht Platzer Pfff Ich bin da Ich war aber schnell hier Die Krankenschwestern sind ziemlich schnell an Jo Oh der Turan ist down Jo So das war es jetzt eigentlich auch soweit Wenn ich mich jetzt recht erinnere Eigentlich könnten wir jetzt ein Fahrstuhl steigen Weil die spawnen immer wieder Na dann Ein bisschen Farmen Hey wollt ihr mich nicht mitnehmen? Nö Du bleibst bei den Zombies Ja genau Jetzt lassen sie mich hier Ja Eigentlich heißt es auch Frau und Kind so oft Aber ne die Frau lassen sie zurück Lassen sie zurück Mal sehen ob sie dich auffressen Das bezweifle ich Level Up Ja Glückwunsch Dankeschön Ich lass mal Zufall ziehen Ich sehe nichts Gutes von Anschuhe Anschuhe Naja War nice Ja Danke fürs Zuschauen Und wenn es euch gefallen hat Lasst einen Daumen hoch da Damit wir sehen können Dass wir weitermachen sollen Und wenn ihr mal mitmachen wollt So wie hier unser Basti Dann schreibt uns einfach mal an Dann Bis dann ja Ciao ciao Tschüss